Idee! Nein, 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 ich steh, ey! Ach, Mann! Ietamame! Ietamame! Könnt ihr jetzt mal gegeneinander spielen? Ja, ich warte, komm, ich warte, komm! Ietamame! Abseits! Was? Was? Nee! Ich konnte das gar abseits! Yes! Rashford macht ihn nicht, Bruder! Du dachtest auch abseits, oder? Nein, wird der so nervös, so! Wo köpft der? Ja! Ich fick Koulibaly! Wie gut ist der? Ja, Bruder, aber bis wann? Was ist das? Schön, Bidal! Guck mal, dass hier wieder ein 2 gegen 1 ist! Krass! Jetzt! Auch mal Gedanken machen, warum das so ist! Deine Presse! Nein, Bruder Bidal! Um 5 spielt hier? Ja! Pandan Bilou! Habibi, kommst du nicht mehr raus, ha? Hallo, Mädels! Auf sein Sohn! Ich hab noch's Hip-Name-Nacken die ganze Zeit mit seinem Lächeln, Digga! Das fuck mich so ab, Digga! Ja, ich schwöre! Der hat dich unter Kontrolle, Daniel! Schnauze! Das sind immer die Fehler, die ich mache! Hast du was gesehen, Sis? Der Pass? Ja, Koulibaly schon wieder! Das sind immer die Fehler, die ich mache, Digga! Koulibaly mit dem Knöschel! Ich hab' ich auch Django im Strafraum, ja! Nein! Mann, netter! Du spiel' dich hier nicht an, Brudi! Wallah! Nein! Viel zu viel, viel zu viel! Niemals! Wo geht denn so ein Pass hin? Daniel ist so am schwimmen! Denk dich so, bitte nicht gegen Bilal verlieren wir! Dann ist hier was los! Dann darf ich nicht mehr in den Disco trauen! Hab' ich auch so nicht! Dann offiziell! Nein, nicht sowas! Ah! Dann offiziell! Nein! So ein Tor, Alter! Mann! Gute Erste, meiner! Gute Erste, meiner! Gute Erste! Das ist schon, das ist auf jeden Fall schon die Bleibe, Mann! Ja, Mann! Einfach mal Trostpolz mit dem! Der ist ja gleich krank! Nein! Yes, Militao! Vamo, 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 vamo! Also, Daniel hat ja schon eine große Kappe! Koulibaly! Kallidu! Mach die Füße breit! Mit der Innenseite! Yes! Schon größte 57! Oh oh! Und Erding! Dicker! Valverde! Was für ein Laufweg von Valverde! Ey! 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 Ich bin ein llevarredinter! Ey! Ey! Justanne! Das ist so gottlos, ich schwöre. Das ist so gottlos. Das ist so gottlos. Das ist so gottlos, Bruder. Das ist krass. Hab ich schon nicht erlebt, so was, Ernst. Noch nicht erlebt. Yes! Oh. Le goal, le goal, le goal. Daniel muss jetzt rechnen. Oh, Daniel ist aber aufgeregt jetzt gerade. Der ist so nervös. Oh, noch einer. Tschüss. Und nur noch 5 Minuten auf der Uhr. Wie du das extra sagst. Alter, Bilal, konzentrier dich, Junge. Wie du das extra sagst, 5 Minuten auf der Uhr, ja. Komm, Bilal, konzentrier dich. Ja, das war's mit Agemi. Letzte Einwechslung. Yes, Karim. Oh, Bilal, wer für den Fehlplätze? Wir müssen den Ball kurz halten. Bruder, was ist das? Ja, Karim. Ruhig, ruhig, ruhig. Was ist das für Schüsse, Bruder? Ich krieg die Krise. Bilal, Zabr ist Zabr, Bilal. Ja, ja, ruhig, 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 ruhig. Leider konnten wir in unseren Gesprächen fortführen. Ne, ey, ey, ich schwöre auf meine Mutter aus Versehen, Bilal. Was ist denn? Mbappé. Er hat Mbappé gleich wieder eingewechselt. Ich schwöre auf meine Mutter aus Versehen. Oh, die geht gegen mich auch gestern. Oh, aus Versehen. Oh, aus Versehen zweimal ist krass. Jo, und mit Schwören sogar. Ruhig, er macht Vorlage. Und Mbappé macht Vorlage. Nee. Mbappé macht Vorlage. Ich glaub, wir müssen in den Wart. Ich glaub, wir müssen in den Wart. Ja, wir müssen eine Wiederholung machen danach. Das ist peinlich, Digga. Nee, ich schwöre doch. Ich schwöre auf meine Mutter, war nicht extra, ja. Das ist echt peinlich, ja. Bruder, wie wechselt man jemand falsch ein, ja? Das ist ein Schnellwechsel. Du warst doch in der Pause. Ach so. Nein, Schnellwechsel eben gerade. Okay, okay. Ich wechselte einfach Mbappé leicht, weil er ein I-Git. Ich mach gleich ein Tor, da hat er gewonnen, Alter. Er hat mich nicht voll jetzt. Ja, wir haben auch angebracht. Daniel Leigold. Diese Pässe nach vorne von mir sind so bohlenlos bei Gott. Bruder, ich wechsle ihn gleich aus, Gittes. Ja. Es ist doch schon zu spät da, Bibi. Er hat das schon sehr toll gemacht. Er macht Vorlage, Bruder, du wirst jetzt raus wechseln. Daniel Leigold. Daniel Leigold. Daniel Leigold. Jaja, Chat, ich hab gesagt, ich bin E-Sportler. Ich hab so groß geredet. Ja, ja. Ich hab gesagt, ich mach wieder 5-0 weg. Also Bruder, so wie du geredet hast. 3,7 erwartete Tore. Ich wechsle den Mbappé aus. Bruma, komm rein. Ja, hast du deinen Säu schon erfüllt, Mbappé, hä? Vorlage kurz gemacht. Dein Säu ist das geil. Boah, GG. Markus! Markus! Markus Reschford! Der guten Boy! Reschford trifft den Sieg. Sag es, Bruder, sag es. Ja! Oh, die gehen in die Eko, rasten aus. Goal! Markus Reschford trifft und mein Sieg. Danke. Und dann! Da ist Gann! Und Visek! Boah, Schwiegel! Alter Schwede, Alter! Jetzt wird's auch noch... Also im FFK-Pokal gewinnt er auf keinen Fall. Okay, ich bin auch so am... Ich bin auch so am... Ich bin auch so am provozieren, ne? Bei mir ist es so am Brennig. Ne, Chat, anscheinend... Mein Chat, wenn die mich provozieren und so, das soll ich ernst gemeint. Digga, seid ihr los? Bruma! Ja. Was? Enbyg Fenderli! Wo hat der Theo Anandes? Nein! Ich hab den, ich hab den. Ohhhh! 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 Ich überleg grad, ich will eigentlich Zidane spielen. Für Renato Sanchez, aber Mbappé und Leroy weniger. Das war ein geiles Tor. Es ist mir sowieso scheißegal. Eigentlich ist es mir sowieso schon vorbei, gegen Mbappé-Vorlage. Ich glaub, es ist ein gutes Tor oder nicht. Ohhhh! 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 Was ist denn da raus? Hahahaha Was bitte du? Komm mit der Sitzung auf die Flieger rum Bist du dumm? Habe ich dir hingesetzt? Wie? Komm rein Komm mit der Sitzung auf die Flieger rum Daniel Quittkopf Sag das so zu mir Komm mit der Sitzung auf die Flieger rum Halt An ihm reinkommen Daniel Quittkopf Wie echt bald ist dein Arschloch? Hahahaha Warte zu mir Komm mit der Sitzung auf die 6. Liga rum Komm her jetzt Willst du noch mal oder? Nein, erstmal nicht mehr Was redst du? Was denn? Nein, muss ich jetzt noch nicht Du bist kein Kind Du musst gar nicht machen Ich krieg keine Luft mehr Junge Erstmal atme erstmal tief durch Daniel Vertrauchte die Niederlage gegen mich Ich möchte erstmal jetzt nicht spielen Ich möchte jetzt Rivals spielen Komm rein Bilo, wenn du jetzt nicht reinkommst Der Schmetter ist mein scheiß Drecks Monitor Komm rein jetzt Nein, ich geh jetzt mit der Rivals rein Ich schwör uns Wie soll das Rivals spielen, wenn ich eine Niederlage von Bilo im Nacken habe? Wie soll das Rivals spielen, wenn ich eine Niederlage von Bilo im Nacken hab so blöd Warte Warte wie lange wie du willst Kommst jetzt hier rein Guck mal Bilo Bilo, um 16 Uhr gibt es ein Rematch, okay? Um 16 Uhr gibt es ein Rematch Jaaa Handicap hab ich mir gegeben, Harry Was für Handicap? Was für Handicap? Was für Handicap? Ja Handicap, Daniel Wir haben Handicap gewonnen Bilo, 16 Uhr Was? Hast du dich zu entscheiden? Immer noch Bilo, wenn es ein zweites Spiel gibt Warte mal Bilo, du kommst jetzt Nein Bilo, 16 Uhr Ist Bilo dein Hund oder was? Bilo, du kommst jetzt Nein, ich geh nicht Ja, wie redet er mit dir wieder? Soll er so reden, Bruder? Ich hab den hier in der Niederlage gehabt, er, nicht ich Gib ihm die Subs jetzt rüber Piteriere Wenn er eins in der Niederlage Ich bin nur ne TV Wir haben ein zweites Spiel 什eren Vielen Dank.